Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten. Was sind Reihen? Also wir haben uns jetzt in den vergangenen Videos immer mit Folgen beschäftigt und jetzt ist die Frage, was sind Reihen? Und da fange ich jetzt wieder von vorne an. Zahlenfolgen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla bla bla. 7, 8, 9 und so weiter. Und wenn ich jetzt die einzelnen Elemente einer Zahlenfolge addiere, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla 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 bla. Dann habe ich eine Zahlenreihe. So einfach ist das. Das ist der Unterschied zwischen Zahlenfolge und Zahlenreihe. Bei einer Reihe wird die Folge, die einzelnen Elemente addiert. Das war auch schon mal ein Video. War ein kurzes Video, aber die Message soll rübergekommen sein. Also wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.